Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Wenn ja, dann dritt für mich ein, so wie ich für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Wenn ja, dann dritt für mich ein, so wie ich für dich eingesetzt habe, dann dritt für mich, wenn ja, dann dritt für mich.